Servus zu einer neuen Aufnahme mit Anno1800 im Gemeinschaftsprojekt zusammen mit Jens. Hallo zusammen! Für alle, die auch die andere Ansicht sehen wollen, Jens bietet auch im Livestream, wenn wir Livestreamen, die zweite Aufnahme an. Ihr könnt es auch im Nachhinein anschauen bei ihm, wenn ihr es wollt. Dann seht ihr auch, was wir sonst noch so labern, zwischenzeitlich. So ist es, so ist es. Für alle, die wissen wollen, werden wir aufnehmen. Normalerweise ist es Freitag, 15 Uhr, so wie aktuell heute. Jetzt haben wir schon 16.3 Uhr, äh, war kurz vor 17 Uhr. Soweit ist alles okay. Nächste Aufnahme hätte gestern sein sollen. Wenn wir es nicht gemacht haben, ist es morgen. Soweit alles okay. Wahrscheinlich wieder 15 Uhr, wenn es morgen stattfindet. Dann haben wir euch alles organisatorisch schon gesagt und ich würde sagen, starten wir wieder das Spiel. Viel Spaß! So, jetzt kann ich wieder an meinem, an meinem, an meinem Eisenproblem arbeiten, denke ich. Ach nee, ich brauche erst mal 100.000 Taler und 60 Tonnen Stahl. Ja, und 50. Wieso habe ich so wenig Beton? Warum habe ich so wenig Beton? So, ich wollte dich ja... Dann muss ich das mal irgendwo anders wegkommen. Ach, ja, nee, kann ja nicht. Hä? Ich kriege gleich Krampf. Produzierst du eigentlich schon Zigarren? Ja, die kommen auch schon rüber, wenn ich mich nicht irre. Oder? Moment. Doch, die müssen schon rüberkommen. Ja, ich bin nämlich gerade ziemlich vorsichtig beim Ausbau der Investoren noch, weil wenn die nicht rüberkommen, dann... Was brauchst du? Wie viel brauchst du dringend? Nee, im Moment noch nichts. Bei einem Schiff hätte ich gerade noch, dann muss ich kurz schauen, wo das ist. Wo ich es produziere. Naja, ich sehe erstmal zu, dass unser Geld sich stabilisiert, sich jetzt hier. Wenn ich das Bankhaus baue, dann geht's schon mal. Dann stabilisiert sich das einigermaßen. Aber ich muss erst den einen Pendlerkeil bauen, sonst... Das bringt mir sonst alle nix. Ich erhöhe mal die Produktion um eine Charge. Von den Zigarren. Erwarten neue Horizonte. Ich kann dir aber mal... Ja, ich tue nur wegarbeiten aktuell. Das macht gerade keinen Sinn. Ich schicke dir die einfach erstmal rüber. Das Haus hat gar kein Strom. Oh! Deswegen kann ich das nicht aufwerten. Was passt, was ist das? Ich produziere ich den Tabak. Bananen? Hä? Ach, hier produziere ich den. Kakao. Zucker. Tabak. Ähm... Wie ist das? Da habe ich den Tabak da drüben. Oh, ich muss dazu anderen Inselmensch. Warte doch mal ein Schiff. Ich brauche den Pendler, Kai. Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Ein neuer Auftrag? Äh, nein. Ich verwende nur den hier. Okay, was brauche ich? Ich brauche mehr von Tabak. Haben wir gesagt. Das Geld schwankt mir noch zu viel, ey. Ach, da ist ich. Ach, Kunstschreinerei ist bei mir wegen den Tabakzahlen. Okay. Ähm... Also, ich könnte auch eine bauen. Wenn ich mir nicht irre... Nee, kann ich nicht. Kann ich erst später bauen. Ist okay. Ich brauche zwei Minuten dafür, um das herzustellen. Doch, Kunstschreinerei kann ich auch bauen. Haha. Brauche aber Elektrizität. Und 150... Aber ich brauche das eh nachher noch, die Kunstschreinerei. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. Hier. Wie fehlt Stahl? Ja, mir fehlt Beton. Aber ich kann im Moment keine andere Mine. Ich habe keine andere Insel mit Zement. Das ist mein Problem gerade bei der Geschichte. Hier habe ich aber keine Felle. Hier habe ich nur ein Zement, auch keine Felle. Hier habe ich Felle, aber... Und auch nur ein Zement. Ein Zement und Felle. Und Paprika und Hoppsen. Ja, die Insel wäre noch gut, aber... Ich habe doch eine Sperre... Ich habe doch eine Sperre... Bei Beton eingebaut. Warum geht der dann weniger? Oh. Das ist kein Wunder, wenn der abnimmt. Wenn sich alle in ihren Kohlenkönig schlafen... Das wirkt ja in der Ausführung der einfachsten Aufgabe aus. Einen Ort für den Halt suchen und sich von Plage erholen. Zusätzlich Erfolgshause plus 20% Heilkunst. Dann probieren wir es um Tome. Die roten Polen scheinen den Arzt zu verwurren, dass es ein Anzeichen eines Parasiten stammelt. Er scheint durch die Lupe sieht. Allerdings könnte es gar nicht sein. Betroffenen im Weihwasser baden lassen. Kabine auf Parasiten untersuchen. Parasiten. Kackenrecken, Fieber bricht aus. Ausschlag, Fieber erbrechen. Lang die Hütte flöde den Wind. Moral im Keller. Ein Schwert baumelt über unseren Köpfen. Meine Tochter lacht sich hier gerade total kaputt. Die weiß, das ist die Lösung, oder? Nee. Die weiß, dass meine Mutter mir gerade auf Twitch zuguckt. Ja, und? Gibt es Schlimmeres? Ja. Was kann ich für dich tun? Äußerst verheißungsvolle Taten liegen auf dem Tisch. Ich kann nirgends hindern. Ja, die Wolle steigt nicht. Das ist mein Problem. Oh, oh, oh. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit zwei Stunden. Kaffee hat jetzt. Von daher alles kein Problem. Das ist stabil. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wenn du jetzt auch mit einem Kaffee Dearst Loser reingenseitert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hier habe ich kein zement hier habe ich nur einmal zement das ist doof aber dafür habe ich schon mal öl das bringt mich auch schon mal weiter dann bräuchte noch insel mit trauben wo brauchst du auf der haupt insel also jetzt so alt ja genau 400 tonnen öl gehen passend rein oder wie war das ja warum ja keine elektrizität ich habe zu wenig öl auf der insel und ich habe nur drei kraftwerke die eine insel schafft hat alleine nicht mit der produktion an arbeitskraft ich weiß wie gerade dabei ja alles habe ich habe die linie erstellt die liegt im handel alte neue welt die rute ja beides zwischen handel ist handel zwischen den neuen welten alles da drinnen wieso habe ich hier keine arbeitskleidung mehr ich habe gerade überfordert ich muss jetzt hier mal geht es nein ich habe auch zu wenig anlegestellen auf der insel die muss ich nachher umbauen wo war denn das anlegestelle ich weiß kann aber wo ich das zeug hinbauen soll ist was ich alles braucht wieso ich habe doch hier steine produktion 1 2 laufen doch warum habe ich so wenig steine ich will den bauern fisch 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 oh jo ich habe wohl fisch schnaps geht auch zu neige warum kartoffeln habe ich jede menge ich fühle mich so glücklich ich brauche windnehmmaschinen es hilft nichts ja ich arbeite an dem problem herr von uns du ich sag es nur und mir geht mir auch zu neige mehr oder weniger dass du mich so glücklich ist ich habe auch zu sein ich glaube ich kann es nicht nicht gut ich bin ich sehe ich sehe also ich sehe was nimmt der fischte ab und der bleibt stabiler schnipps nimmt um zwei ab warum haben wir schon wieder so viel verlust was da los also im grunde macht die neue welt plus ja aber bei mir läuft den momenten rund der überfahrt zurückgekehrt alle inseln machen wenn er alle inseln zusammen machen wir gerade im verlust von 1600 aber ich denke das liegt an unserer hauptinsel weil ich die gerade nicht versorgen kann wie sie soll der kaffee viel glühbieren elektrizität also zumindest für die investoren hochreder habe ich auch zu wenig wo habe ich die denn ich habe auch keine ahnung mehr ich habe nur eine hochrad verbrügt ich habe ja ich habe zu wenig eisen vom stapel gelaufen schildkröte die schicke ich jetzt erstmal an die schildkröte aber kein zu macht nix die fährt jetzt zu dir rüber war die jetzt zu viele oder und ist jetzt verwenden oder war die doppelt nein die schicke ich dir rüber damit die das öl abholt ach so so heißt die ja ja schildkröte kein zu was heute mit blöder name wird es ja umbenennen nee der kai steht der ist voll geladen mit 400 einheiten ich brauche jetzt erstmal öl und dann brauche ich trauben alles bereit meine investoren sind immer unglücklich hier da ist der moment du musst ganz schnell hier rüber steuermann es mangelt an arbeitskraft ich weiß ich brauche dieses bankhaus warum habe ich so wenig beton ich habe hier eine springmaus ihr habt alle keinen strom das ist der hammer selbst die haben schon alle dampfmaschine junge verteilt das öl sonst kriege ich hier gleich krampf geht sich fenster 50 ziegel das kriege ich noch hin hier habe ich kein öl hier auch nicht hier habe ich nur vier das ist zu wenig hier habe ich gar kein öl da habe ich sechsten und ne aber keiner wir versenken nie ein schiff das wir auch besitzen könnten das ist das ist das ist das ist ein monitor zwei lagerflächen die 350.000 ich krieg mal beton nicht zusammen nee mach ich nicht bleib hier tricke ich gleich wäre ein anderes schiff hin Thomas, müssen wir schauen, wann wir die nächste Staffel aufnehmen. Oder? Warum? Rein theoretisch könnt ihr mit einsteigen. Ist okay, dann müssen wir schauen. Aber heute nicht mehr. Nichts. Doch, da muss ich das wegholen. Auf Ihren Befehl. Deine Tapferkeit hat uns vielleicht gerettet. Ein neuer Auftrag? Ich würde das wegholen. Ich würde das wegholen. Ich würde das wegholen. Et da kommt... Ich würde gerade mal die Insel so ein bisschen einteilen hier. Denke ich mir auch gerade. Ich muss nochmal erstmal umbauen. Das gefällt mir nicht. Ich brauche Platz. Ich fahre Leute. Das haben wir. Wir auch. 132 von der oberen Arbeiterklasse. Ich habe gesagt, da reden wir nochmal in Ruhe. Wie einsteigen. Neue Staffel oder auch hier zwischendrin. Wir müssen uns so klar werden, wer was macht. Hier. Aber da kriegen wir schon. Alles mit Ruhe. Es ist nicht einfach nur Aberglaube. Äh, zu schön war es, das ist ja ein Köstiger. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, endlich. Ich habe wenigstens schon mal das Bankhaus. Kein Grund zu übertreiben, aber danke. Da bringt nämlich 125 Taler pro Investor. Und 50 Taler pro Ingenieur. Da bringt es schon mal ein bisschen mehr Geld wieder. So, jetzt muss ich nur die Hochräder im Griff kriegen. Ja, Beute. Beute. Meine aufmerksam ausgerutete Feinde von der woher man in dieser Hütte erreicht hat, haben wir schon langer Zeit vertrieben. Das vorgewandt kann er als entsprechend ausgeruteten selbst und klein zu werden die Herr Lumpen im Hinterhalt angegriffen und überwältigte die Mannschaft und alle Lebensmittel und Versorgungsgüter annehmen. Oh nein, dann sind leichte zu essen. Oh, kein Geld. Den Zugang ist er wieder... Oh Mist, verdammter. Moral bei 17%. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Das ist okay trotzdem. Ich habe gerade nichts zu verkaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Zweimal Banane. Noch irgendwo Bananen. Hier nicht. Gießen und Zuckerrohr. Da darf ich weiter. Weiter, ja. Das ist okay. Nein, nein. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe gerade ausgereinka, dass wir hier ausgericht, dass wir hierher kommen. Das ist okay. Das ist okay. Was soll ich das heisst ziehen? Hier hin? Nein Was soll ich das? Was soll ich das? Was soll ich das? Immer noch zu wenig Fisch in Dreh ab. Ja, solange wir die bauen, die Glückwunsch sind, können sie nicht abwenden. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Ich habe doch gerade 50 Tonnen Beton übergeben, warum wird mir das jetzt nicht angezeigt? Muss das doch einer wieder für irgendwas verwendet haben, 50 Tonnen Beton. Alter, das gibt es nicht. Wie immer halt, oder? Ja, aber wenn ich das Clubhaus schon mal hätte, dann kann ich mich um den Rest dann in Ruhe kümmern. Ich ziehe doch gegen hier. Hochräder reichen nicht. Das ist 42.000 Konkretes. Das ist 43.000 Konkretes. Das ist 40.000 Konkretes. Das ist 42.000 Konkretes. So, jetzt kann ich hier hinten umbauen wieder. Hier sind immer noch 100 Leute. Immer noch zu viel. Also da kommen die St complementen. Sehr gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Hälfte ist schon mal geschafft. Er hat doch schon wieder irgendetwas weggenommen am Beton. Ich drehe gleich durch. Ich habe gerade Beton eingekauft. Ich frage mich nur gerade, wer das geholt hat. Weil es braucht eigentlich keiner Beton außer die Bürgerin. Da arbeite ich dran an dem Strom. Jetzt bleibt alle locker. Dann muss ich das jetzt anders machen. Da wollen wir doch nichts. Dann muss ich das jetzt machen. Dann muss ich das jetzt machen. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns Die Hochräder sind noch nicht hoch genug Man kostet mich das wenn 42.000 um Gottes willen Jetzt machen wir nochmal Immer noch zu wenig Fisch Alter, was ist denn da los? Alles ist randvoll Dann würde ich sagen sind wir allerdings fertig Wie? Wir sind fertig Ja, wir sind für dieses Jahr fertig Stell dir das mal vor Das geht ja gar nicht Neuer Stadtstatus, Dorf Nächstes Mal Ja, denke ich auch Dann wünschen wir euch Ein wunderschön Wunderschönes Silvester Guten Rutsch ins neue Jahr Für alle, die sich natürlich später anschauen Erst im neuen Jahr Guts neues Dann Bis nächstes Jahr Ansonsten Aufnahme noch dieses Jahr für nächstes Jahr Also bis dann Tschüss Bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018